Helen ist natürlich ein schwieriger Film und ein Film, der das Publikum sehr fordert und streckenweise auch hart mit ihm umgeht. Aber Helen ist auch ein sehr hoffnungsvoller Film und das ist natürlich auch etwas, was ich dem Publikum mitgeben will am Ende, dass man Hoffnung haben kann, egal wie schwer es wird und dass man die nicht aufgeben darf. Auch wenn man es nicht mehr versteht und wenn man es nicht mehr empfindet, muss man trotzdem weiter daran glauben, dass es sie gibt und dass sie einen vielleicht doch retten kann.